Stärker, leichter, leiser und sparsamer. Der BERTEC A2000 unterstützt Sie optimal bei Ihrer täglichen Arbeit rund um den Fuß. Einfach zu bedienen, professionell entspannt arbeiten und besonders geräuscharm im Betrieb. Beim BERTEC A2000 sind alle wichtigen Funktionen auf Anheb mit nur einem Tastendruck erreichbar und können mit Hilfe der Memory-Tasten gespeichert werden. Je nach Fräsergröße können Sie anhand der Piktogramme auf dem Bedienfeld die Drehzahl bis 40.000 Umdrehungen direkt anwählen. Stellen Sie die Absaugstärke nach Bedarf über Direktwahl oder in kleinen Schritten ein. Das patentierte EasyClean Spannzangensystem ermöglicht den Instrumentenwechsel im Handumdrehen. Einfach abziehen, neuen Fräser oder Schleifer wählen und bis zum Anschlag einschieben. Das kraftvolle Herzstück im BERTEC A2000 besteht aus zwei bürstenlosen und wartungsarmen Turbinen. Deren Luftförderleistung wurde mit bis zu 1000 Litern pro Minute besonders großzügig dimensioniert, damit sich möglichst wenig Schleifstäube in der Raumluft verbreiten können. Dank der geringen Geräuschentwicklung der Absaugung von nur 48 bis 55 Dezibel können Sie sich während Ihrer Arbeit in akustisch angenehmer Atmosphäre mit Ihren Patienten unterhalten. Das effiziente Mehrfachfiltersystem gegen Viren und Bakterien sorgt für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung. Hausbesuche? Dann nehmen Sie Ihr Arbeitsgerät ruhig auf die leichte Schulter, denn der BERTEC A2000 bietet mit nur 2,2 Kilogramm Gesamtgewicht ideale Voraussetzungen für den mobilen Einsatz. Arbeiten Sie mit dem federleichten 99 Gramm wiegenden und nur 117 mm kurzen Aluminiumhandstück besonders handgelenkschonend. Der gut 160 cm lange Dentalabsaugschlauch sorgt für bestmögliche Bewegungsfreiheit. Besonders hygienisch, besonders einfach. Mit einem elektronischen Unterdrucksensor misst der BERTEC A2000 den Füllstand der Staubtüte und weist Sie, wenn nötig, auf einen Wechsel hin. Mit nur wenigen Handgriffen wird die volle Staubtüte gewechselt. Das hochwertige Aluminiumhandstück, das Gerätegehäuse, der Dentalabsaugschlauch und die Handstückhülse sind vollständig desinfizierbar. BERTEC A2000 entdecken Sie jetzt das innovative Kombinationswunder für Ihre professionelle Fußpflegepraxis.